Das ist vielleicht frei, doch würde ich seine Freiheit lieber gerne gegen das Leben der Unschlinge auf dieser anderen Seite des Portals eintauschen. Ihr habt weise gehandelt, Titre. Bleibt wachsam! Naja, Wurgen, was sieht denn denn aus? Holy shit, ist der massiv. Naja. Äh, sie sprachen von einer Selbstmordmission. Doch heute wird es keine Sinnlosen verschwenden. Verschwendungen vom Leben geben. Alle mir nachdenken. Man hilft dir gern. Die Vorhut fällt. Ihr großes Opfer wird nicht vergeblich sein. Na dann den All nach. Ah. Hier sieht es ein bisschen dämonisch was... Hier hinein! Ah, schön euch zu sehen. Nun, das dunkle Portal ist deaktiviert. Wir haben eine neue Mission am Leben bleiben. Wir müssen weiter machen und seid es nur um diejenigen Ehre zu erweisen, die geopfert haben, damit unser Rückzug gesichert, oder? Bleibt wachsam! Äh... Wir können hier nicht lange bleiben, die gesamte eiserne Horde holt uns bald ein. Unser Champion wird zurückbleiben und die feindlichen Truppen stören. Der Rest von uns wird im Dschungel Schutz suchen. Seid tapfer! Ja, danke. Werden wir. Dies ist ein wahrer Albtraum. Äh, der Clan des Bluten und Auges hat zu viele meiner Leute ermordet. Ihre Gehörsamkeit müssen gerecht werden. Der Trau... Die Trauernde Dranai schaut euch an. Lasst sie dafür bezahlen. Diesen Monstern muss Einhalt geboten werden. Die Trauernde Dranai stößt sein letztes Wort hervor. Sie hielten uns in Käfigen gefangen. Sie haben uns für Blut... Das ist Blutgezungen, für Rituale. Er wusste stark. Noch viele, mein Volk, der drei stirbt. Tag. Ah. Oh, dafür werden sie lang. Dafür werden sie... Ist da irgendwer? Ja, hier. Möge das Licht uns vor diesem Wahnsinn... Sie haben uns regelrecht geschröpft. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Super. Ich muss genau gehabt haben. Ich schätze. Oh. Gebt mir euer Blut. Niemals. Hört uns jemand? Wer auch immer ihr seid. Danke. Ja, besser bedankt euch noch nicht so früh. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ich schätze. Das Fleisch, ich werde das Fleisch aus eurem Rippen fressen. Das ist ein Rippen fressen. So, einmal ein bisschen Kriegsabrechen betreiben, weil das gehört doch einfach zu einer Runde der WoW dazu. Können wir hier nicht fliegen, was? Was ist das, was ist das? Wir werden Azeroth gemeinsam verteidigen. Es ist eine Welt voller Wunder. Ich bewundere eure Gerechtigkeit. Auch wenn euer eigenes Überleben in der Schwiebel hängt, findet ihr immer noch Zeitrache für meine trauernde Witwe zudem gut gemacht. Unsere Feinde müssen fallen. Es bleibt noch viel zu tun. Man hilft ja gern. Genau. Äh, vom Regen in die Teufelschen Wälder. Teufelschwelle. Atmet tief ein und dann macht euch bereit, Tidre. Es bleibt nicht lange Zeit zum Verschnaufen. Nehmt eure Pflichten ernst. Ja, machen wir. Äh, glücklich macht Tidre. Sie sind vielleicht verletzt, aber halb verhungert und schlecht ausgerüstet, aber keine Klinge ist so scharf wie ein rachdurstiger Geist. Keine Rüstung so dick wie ein rechtschaffenes Ziel. Bleibt wachsam. Ja, ja, Alter. Seht ihr diesen Altar dort unten? Auf seiner Spitze befinden sich magische Augen. Und ich fürchte, dass es unsere Gruppe töten wird, wenn es so blickt. Legt dieses Auge ab hier. Sorgt für Unruhe, tötet etwa Ritualisten. Was auch immer ihr tun müsst. Solange ihr das Ding nur lang genug beschäftigt, damit ich die anderen an ihr vorbeiführen kann. Kein Wurf im Blick über seine Schultern. Nehmt diesen bärenstarken Augen mit denen, denen, der nicht troll ist. Es ist eine Welt voller Wunder. Aber, wie kann ich helfen? Katka hat uns gebeten, das Auge von Kirok abzudenken. Vorwärts zum Sieg! Ihr und ich gegen einen ganzen Clan? Ein Kampf nach meinem Geschmack. Der Clan des blutenden Auges benutzt primitive Blutmagie und seine Krieger zu monströsen Berserkern zu machen. Mit etwas Glück können wir verschwinden, bevor sie ihr Ritual abschließen. Es tönt sich mal zu einem Stoß aufgo były, wo eben die meteorischen und Schlimm... Erенных hat ihn zum Winter auf zu können. Zweifeln zumressytyr��or undמה Mit etwas wie viel in das ganze Leben? hanno einen einen��릴tsamen Amaktus open? G quickly. Oder wird sie hoch beim singen Berserkern. �� feiglinge kommt und kämpft sie konzentrieren sich sieht so aus als wären kaka und die anderen unterwegs wir sind hier fast fertig ja ok ich werde euch töten ein dringlinge du kannst definitiv versuchen seht mal an was ich durch meinen dschungel geschleppt hat ich weiß was ich zu tun habe blut und donner hell ja ab ab ich Bis zum nächsten Mal.